8.30 Uhr. Unterrichtsbeginn. Mikrobiologie. Für Jonathan Meku und die meisten hier ist das Universitätslabor der TU Berlin etwas Neues. Ich komme aus Kamerun, aus Djerju und arbeite als Manager in einer Brauerei. Dort haben wir ein Mikroskop, aber durch dieses Seminar hier kann ich unseren Mitarbeitern beibringen, wie man es richtig benutzt. Wir analysieren Bakterien, die den Braukessel kontaminieren können. Es ist wichtig, die Qualität reinzuhalten. Am Ende des Semesters werde ich sehr viele Freunde kennengelernt haben. Es ist eine wunderbare multikulturelle Erfahrung hier. 11 Uhr. Dieses Bier haben sie selber hergestellt. Qualitätsprobe an der Uni-Brauerei. Bist du stolz drauf? Stolz? Ja, das Wichtigste an einem guten Bier ist der Schaum. Schnell, wir müssen zum Unterricht. Sechs Monate dauert die Ausbildung zum Braumeister. Kosten 15.000 Euro. Burkhard Meyer trägt die Traditionstracht der Bierbrauer. Das ist meine Berufskleidung. Die schützt den Körper beim Brauen. 13 Uhr, Bibliothek. Schon immer war die Schule ein Magnet für internationale Studenten. Hier sind wir in einer der besten Brauereischulen. Wenn du irgendwo etwas über Bier lernen willst, ist Deutschland der beste Ort. Die Uni ist über 100 Jahre alt. Am Ende des Studiums bekommen sie ein Braumeister-Diplom. Für viele der 60 Teilnehmer eine Jobgarantie. 16 Uhr. Alle treffen sich im Zunfthaus. Heute testen sie die Bierproben der Teilnehmer aus 40 Nationen. Und ebenso viele Geschmacksrichtungen. Eine harte Arbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017